Das ist Big Brother, jeden Tag um 19 Uhr bei Adriel 2. Dass es besser ist, wenn ich es fühlen kann, für diesen einen Augenblick, sind alle meine Zweifel weg, weil es echt ist. Und ich glaub daran, dass es besser ist, wenn ich es fühlen kann, für diesen einen Augenblick, sind alle meine Zweifel weg, weil es echt ist.